Immer wieder fragen mich Christen, was ist eigentlich eine Berufung oder ist das nur etwas für spezielle Christen? Natürlich nicht. Wenn wir die Bibel lesen, finden wir eine Menge Berufungen, und zwar ganz allgemeiner Art. Ich unterscheide immer allgemeine Berufung und spezielle Berufung. Die allgemeine Berufung finden wir im Wort Gottes. Dort ist vor allem die Rede, dass wir ein heiliges Leben führen sollen für Gott. Dass wir für Gott da sein sollen, dass wir Gott dienen sollen. Das heißt aber auch, dass wir den Nächsten dienen. Das ist Berufung. Jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, wie erkenne ich denn diese Berufung? Diese Berufung erkenne ich, also ich rede hier von allgemeiner Berufung Gottes, die erkenne ich im Wort Gottes. Ich muss die Bibel studieren. Das ist relativ einfach, das zu erkennen, was Gott von mir will. Er sagt mir zum Beispiel, wie ich als Ehemann leben sollte oder als Vater leben sollte oder wenn ich ein Arbeitgeber bin, was ist dort meine Berufung? Oder natürlich auch als Arbeitnehmer und so weiter und so fort. Da gibt es also eine Menge, Menge Hinweise, was unsere Berufung ist. Interessanterweise ist ja das Thema Berufung nicht nur für Christen ganz wichtig, sondern ich erlebe auch immer wieder viele, viele Menschen, die wollen wissen, was ist eigentlich meine Bestimmung in meinem Leben? Wo ist mein Platz in meinem Leben? Das fragen also nicht nur Christen, sondern auch ganz normale Menschen. Aber für Christen ist es umso entscheidender, denn wir wissen ja, wir haben eine Bestimmung. Und diese Bestimmung wollen wir letztendlich auch erkennen und wir wollen sie auch finden. Und grundsätzlicher Art, allgemeiner Art, finden wir es in der Bibel. Wir haben neben der allgemeinen Berufung Gottes auch natürlich eine spezielle Berufung. Die allgemeine Berufung finden wir im Wort Gottes. Nun, es ist natürlich nicht alles festgelegt, wie wir leben sollen. Das heißt, dort ist nicht beschrieben, welches Auto ich kaufen sollte, welche Partnerin, welcher Partner. All diese Dinge sind nicht jetzt im Speziellen, welchen Beruf man wählen sollte. Das ist sehr speziell. Jetzt kann es sein, dass man innerhalb des Rahmens Gottes, den er gesetzt hat in seinem Wort, dass man natürlich dort eine spezielle Beauftragung kriegt. Im Normalfall haben wir das nicht. Im Normalfall hat man einfach eine Freiheit. Das heißt, bei der Partnerwahl, bei der Berufswahl, da ist einfach unser Verstand gefragt. Das sind Leute, die uns beraten. All dergleichen helfen uns bei der Berufung, wie wir die finden. Aber das kann auch sein, dass natürlich Gott zu einem ganz speziellen Dienst mich beruft. Wir finden das in der Bibel auch. Philippus zum Beispiel. Philippus hatte seine Freiheit zu predigen, evangelisieren, wo er immer wollte. Aber es gibt dann eben natürlich auch die Berufung Gottes ganz speziell, wo Gott ihm sagt, okay Philippus, jetzt bist du bei der Straße, die südlich von Jerusalem nach Gaza runterfährt. Dort will ich, dass du dort hingehst und evangelisierst. Also das ist ganz speziell. Und diese Berufung kann ja ab und wann eben auch in unser Leben hineinkommen, wenn wir als Christen mit Gott unterwegs sind. Und da wird es jetzt etwas schwieriger. Das heißt, da reicht es einfach nicht einfach, wenn wir das Wort Gottes studieren, sondern da können verschiedene Faktoren mitspielen. Der eine Faktor ist sicher so eine Art innere Stimme. Wir vernehmen Gottes Rufen und denken, okay, das ist es jetzt. Aber das ist sehr subjektiv. Da muss man sehr gut aufpassen, weil man kann das interpretieren gerade wie man will. Das heißt, was ich hören will, das höre ich dann auch. Besser ist natürlich auch, wenn man das abstützt mit einer sogenannten äußeren Berufung. Das heißt, die innere Berufung interpretiere ich so, das ist rein subjektiv, gefühlsmäßig. Die äußere Berufung wäre dann, es wird bestätigt, bestätigt durch äußere Umstände. Das können ja verschiedene Faktoren sein, familiäre Faktoren, das können finanzielle Faktoren sein, wirtschaftliche Faktoren, politische Faktoren und so weiter und so fort, wo Gott sagt, okay, das ist möglich oder das ist nicht möglich. Und das andere ist natürlich, ich habe Freunde hoffentlich, gute Leute, reife Leute, die mich entsprechend beraten können und bestätigen können, ist das der Weg, den ich einschlagen soll, ja oder nein.